Mein Name ist Patrick Stein. Wir suchen Schreiner, Monteure und handwerklich begabte Mitarbeiter. Seit mehr als 80 Jahren steht Zöllner für Maßarbeit und für Familie. Klar, als mein Urgroßvater die Firma gründete, sah Teamarbeit noch ganz anders aus. Dennoch ist sie heute genauso wichtig wie damals. Denn nur wer Spaß an der Arbeit hat, kann auf Dauer hervorragende Produkte entwickeln, produzieren und montieren. Jeder Mitarbeiter ist wichtig und ich sorge dafür, dass es so bleiben wird. Hallo, ich bin Stefan Metzen. Ich habe hier vor acht Jahren als Schreiner angefangen. Ich habe mich von Anfang an tierisch wohl gefühlt, auch weil mich die Firma gefördert hat und ich schnell Perspektiven entwickeln konnte. Heute bin ich Meister und CAD-Fachkraft und leite die Abteilung, in der ich angefangen habe. Hallo, ich bin Walmir. Ich bin zwar Quereinsteiger, gehörbar schon seit drei Jahren zum Team. Hier ist es klasse. Man sieht ganz schön viele interessante Bauobjekte und man kommt ganz schön viel rum. Schließlich machen wir keinen 0815 und das kann einen weit bringen, zum Beispiel bis nach Dubai. Also mein Name ist Hans-Werner Kaiser. Ich bin jetzt im 47. Jahr hier in der Firma, 47 Jahre in der Produktion und ich weiß nicht mehr, wie viele tausende Fenster ich schon gefertigt habe. Und es macht mir immer noch sehr großen Spaß, hier zu arbeiten. Wir haben alle Hände voll zu tun und suchen ständig Mitarbeiter, ob für die Produktion oder die Montage. Ob Schreiner oder Quereinsteiger. Wenn du handwerklich was drauf hast und was draus machen willst, dann melde dich. Willkommen im Team. Willkommen im Team.